halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu the council ich hoffe immer noch ich spreche es auch richtig aus wir sind stehen geblieben bei durchsuche gemeinsam mit emily den raum wir sind ja hier durch ein geheimgang hingekommen das ist ein bisschen gucken was hier so los ist ja wir können gar nichts sind so arm dran wir können überhaupt nichts ich hatte ein bisschen länger nicht mehr gespielt weil ich musste erst mal tell me why zu ende bringen dementsprechend ja dementsprechend bin ich jetzt hier ein bisschen neu bücher gelesen hier sind die bücher nach bröningen gekommen how did the english manage to get their hands on them when someone wants to attract the attention of the world's leading power somehow the gifts just pour in you wouldn't have gone to the vatican recently would you are you calling me a thief certainly not never entered my mind natürlich nicht zu benutzen ist das ist das ist das gold ist das das gold eine fließe da du denkst du denkst du das ist jason das gold in fleisch no du bist wundern jason und argonauts sind mythen aber mortemore hat sich das heilig das heilig das heilig heilig das hier die die heilig das heilig in europa du du es zu Da hat er recht. Gegensätze ziehen sich an. Was können wir noch hier? Was ist das hier? Nach ihrer Ehe fragen, schätzhaften Heiratsantrag machen. Ja, komm. Oh, das ist so geil. Ich mag die Emily aber richtig. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die wirklich. Warum Lorbeeren als Symbol? Heute mal glaubt, er sei Cäsar Kranz aufsetzen. Warum Lorbeeren als Symbol? Ich weiß. Do you know why laurel wreaths are used and not, say, mistletoe or another plant? The laurel wreath symbolize glory in Roman times. In your opinion, what kind would suit me best? A crown of nettles. Boah. Befeet. Das Schwert der Johanna von Orléans, das Schwert von Genghis Khan, das Schwert von König Arthur. Wo soll ich das denn wissen, welches Schwert das ist? Ähm, eigentlich nicht, aber... Eigentlich nicht, aber... Ja, Johanna von Orléans, die berühmte Jeanne d'Arc. Ach, da könnte ich viel zu erzählen. Ja. Hm. Was könnte ich denn jetzt hier noch... ...antatschen? Oh. Oh, was jetzt? Diebstahl annehmen, Fälschung annehmen, vielleicht Mortimer unsterblich, vielleicht gibt es mehrere Mortimers. Seveal people have played the part of Mortimer. A part that has been passed down from generation to generation. Different men, but with one sole identity. Think Logos. ...A intriguing hypothesis. ...and yet less twisted than some of my previous cases. ...at last, you finally agree with me about something. ...these documents are intriguing. ...but do you really think that's what attracted your mother's attention here? ...and how do you know my mother was interested in this room? ...I didn't know. Oh, ich glaube, sie war. Und du hast es gewonnen. Also, du denkst, dass sie das, was sie kam? Ich weiß nicht. Sie war beschäftigt mit Mortimer. Und ich muss sagen, diese Verhältnisse sind unbezüglich. Wenn das so ist, warum hätte sie sie verlassen können? Once wieder, ich weiß nicht. Wir müssen sie fragen, wenn wir sie finden. Und was ist dein Geist? Wie hat Lord Mortimer gett all this? Es ist einfach verrückt. Secret connections, money, oder ein well-kept family treasure, passed on from generation to generation. Who knows? Das würde mean, dass einige Mortimer's ancestors lebten bevor Jesus war. Ich weiß nicht, warum meine Mutter nicht klar ist, was sie interessiert hier. Sie hat nicht Zeit, oder vielleicht nicht was sie für sie war. Oh, ich muss niesen. Oh, ich muss niesen. Oh, ein Moment mal. Oh, ein Puppet mal, bitte. Oh. Ähm, weil ich nicht will, dass hier etwas zu tun ist. So stößt. Wenn Sie verstehen, dass ich einfach nur zu helfen will? Was wünschen Sie, dass ich in Ihren Geist und sagen will, dass ich alles zu tun will? Was Sie sagen? Ich sage nur, dass ich mich nur ein bisschen vertraue. Wenn nur an principle, als Mitglied der Golden Order, zum Beispiel. Ich will admit, Sie sind ziemlich verliable. Das ist es? Ich erwarte noch mehr. Well, ich bin bereit, zu glauben Sie, wenn es zu wählen, eine French-Cheese. Aber ich habe nichts zu verdienen, indem ich in Sie noch mehr als das. Nothing zu verdienen? Dammit, Emily. Ich versuche nur, um dir zu helfen. Stopp, um etwas zu verdienen. Weil Sie denken, dass ich Hilfe brauche? Just like everyone. Sie haben Ihre Geist und Ihre Weakten. Und es ist kein Wunsch, um es anders zu schützen. Ha. Und ich glaube, Sie haben herausgefunden, dass ich weich bin, nicht wahr? Äh, hatte ich doch auch, oder nicht? Was war denn Ihre größte Schwäche? Ähm, Emily, 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 Emily. Emily, ähm, Schwäche, Psychologie. Eine Schwäche in Psychologie. Eine junge Frau, die self-confidence fehlt. Stopp, um eine defensivere Posture zu adoptieren, und Sie werden sehen, wie schnell neue Türen öffnen. Es gibt ein paar Wahrheit, was Sie sagen. Ich habe vielleicht ein paar Schwäche, aber ich brauche keine Hilfe, um sie zu überkommen. Und ich bin einfach nicht konzentriert, um mit jemandem zu arbeiten, mit jemandem zu arbeiten. Entstanden Sie? Sie arbeiten nicht mehr, Sie hat bereits einen Partner, verstehen Sie das? Sie hat bei Ihren Aufträgen gerne das Sagen. Sie arbeiten für jemanden, Sie hat bei Ihren Aufträgen gerne das Sagen. Oh, es ist kristallisch. Du magst nicht, die Menschen zu sagen, was zu tun. Und du magst, die Orte zu allen geben. Wenn ich eine Matronin, die zu sprechen, hätte ich einen Unterlinge gefunden, um dieses Ort zu suchen. Und ich wäre in meinem Bett schlauert, um in meinem Bett zu sein. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich habe bereits einen Arbeitspartner. Mhm. Ich weiß meine Schwierigkeiten, ich weiß nicht, dass Ihre Fähigkeiten sind für mich. Aber ich habe all das schon, dankbar zu meinem Team-Mate. Ist es eine Chance, Sie können mich sagen, wer er ist? Nein, ich habe schon gesagt, dass ich viel zu viel gesagt habe. Consider Sie sich glücklich, dass ich Ihnen das viel gesagt habe. Es ist extrem schwer, glaube ich. Komm schon, nicht jetzt, dass Sie so weit sind. Sie wissen, dass ich dann, dass ich Sie sprechen. Ähm, eine Frau, würde ich sagen. Daran denken, wie heftig sie auf die Brosche reagiert hat. Dann würde ich sagen, ein... Ne, die Broschen tragen Frauen. Eine Frau. Und zwar ihre Mutter, ihre Schwester, meine Mutter. Ich würde sagen, meine Mutter. Dann machen wir weiter Frau und dann würde ich sagen, ihre Schwester. Oh, jetzt verstehe ich, warum Sie gesagt haben, Sie hatten eine Frau für zwei. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie sich nicht vorstellen können. Als Kinder, alle uns zusammengezogen haben uns, so ein Tag, wir haben uns gegenseitig gemacht. Seitdem, wir haben uns zusammengezogen. Wir haben offiziellt die Identität von meiner Frau, Emma. Emily Hillsborough. Die Frau mit zwei Faces. Kleber. Aber ist es kompliziert? Wie Sie machen es funktioniert? Eine Frau hat uns nicht in der Außenwelt. Wir haben alles. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Holm and bring back the details, so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's one week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from Holm, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself. Or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. Okay. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Ah, scheiße. Elisabeth folgen oder zu Emily gehen. Ah. Ah, ich glaube, jeder würde Elisabeth nehmen. zu Emily gehen. Oder Elisabeth folgen. Ich gehe zu Emily. Ich will ein kleines Still-Dich-Ein mit Emily haben. Deswegen, ja, ähm. War eine schwierige Entscheidung, aber ich will halt, ne. Ich glaube auch, dass die meisten das wählen werden. Also von daher gehe ich, äh, zu Emily. Excuse me, Elisabeth, but some very urgent business has cropped them. We can speak tomorrow. No, Louis, don't leave me alone. They've come back. Good night, madam. Die sind zurück? Wer? Ihre Geister oder was da? Ach, jetzt, jetzt tat sie mir leid. Well, well, Louis. You took your sweet time. What did our poor Elisabeth want? Öff, eigentlich hab ich mir gar nicht viel Zeit gelesen. Was macht sie hier? Vermutlich über meine Mutter reden. Was wollte ich aber, Elisabeth? Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Hm. Vermutlich über meine Mutter reden. Sie wahrscheinlich wollte mehr über meine Mutter reden. Really? So, Miss Adams ist irgendwie linked zu Ihrer Mutter? In a way, I guess she is. But I thought all of that could wait until tomorrow. That young girl seems very... Emily? Have I misunderstood something here? What are you doing in my room? And for a while now, the question has been nagging at me. And that explains why I now find you here, in my bed. Go ahead. Ask me the question that's been burning at your lips. I know your mother was here to meet someone. But I can't figure out who. Oh. So that's what's been hiding behind all this. We are both members of the Order, Louis. Let's try to be honest with each other. I have followed with great interest your affair in Paris. In connection with Mr. Von Borchert. You managed to steal something from him, if I'm not mistaken. Glücklicherweise. Ach, ich hab ja kein Ding ins Meer. Ach, Mann. Stell zwei Konzentrations... Doch. Boah, wo hab ich das denn her? Hab ich das Feuer auch schon? Ach ja, jetzt darf ich nicht mehr. Mögliche war, warum so neugierig? Schwierigkeit, Befragungsstufe 1, das Buch. Warum so neugierig? Emily, you suddenly seem to be very interested in my private affairs. You aren't pumping me for information, are you? Not in the least, Louis. I'm deeply hurt that you'd even think such a thing of me. Look, I'm sorry. I just thought that... While you thought wrong. I was interested in you, that's all. But that seems to be beyond you. Don't take it like that. My mother and I recovered an old occult book that Von Borchert was planning to resell on the black market. There. Now you know it all. This is quite fascinating. But just wanted Sarah expect to accomplish here. Was will ich zum Reden bringen? Wer weiß. Psychologie, das ist ja ihre Schwäche. If only I knew myself. My mother always takes a sly pleasure in telling me as little as possible. Oh, poor little Louis. Your mother hides things from you. That's not very nice. No, it's not nice at all. And you. What were you supposed to do once the book was found? Give it to our sponsor, of course. Sir Gregory has more than one card up his sleeve. So you mean, home is playing both sides? Right. Enough chatting. Come and join me instead. Sag ich ja nicht nein zu, ne? Zu ihr ins Bett gehen. Oh, ich wusste, dass wir die kriegen. Von Anfang an. Wirkt irgendwie so, als wenn es scheiße war. Aber ich weiß nicht. Casanova freigeschaltet. Uiuiui. Warum schläft der ohne Kissen? Uiuiui. Was ist denn jetzt los? Okay. Lord Mortimer. ich finde das ja sehr nett eigentlich dass er uns jetzt endlich mal die ehre erweist und mit uns reden möchte aber dass er einfach so in unser zimmer also es war sein haus aber in unserem zimmer auftaucht okay episode 1 war das vier die gorgone weil jede episode ist wohl in mehreren abschnitten unterteilt erfolgreich ich habe das rät der gorgone medusa gelöst ich habe lord mortimars schatzkammer entdeckt ich habe herausgefunden dass emily etwas verheimlicht ich habe emily überredet mit ihr geheimnis zu verraten mir ihr geheimnis zu verraten ich habe mich mit emily in meinem zimmer getroffen ich habe die nacht mit emily verbracht ohne erfolg nichts alternative wege ich hätte mir über die vergangenheit von elisabeth und meiner mutter herausfinden können ja aber wir wollten lieber vögeln so ist das so punkte verteilen acht punkte verfügbar oder können wir aber jetzt hier wieder ich würde gerne noch was in sprachen haben die mache ich auch gerne voll ich würde auch gerne was in heimlichkeit würde ich auch gerne noch voll haben befragung mache ich voll und ich mache die politik noch einmal so ach so das war das war ja episode 1 ja ich glaube wir können auch direkt weiter springen weil ich habe ja glaube ich müsste eigentlich alle haben so wie das war der prolog den wir hatten achte hier sehen wir ja auch alle kapitel es gibt fünf kapitel insgesamt und jedes kapitel hat dann mehrere abschnitte wie wir hier so sehen können es ist lange her dass ich das spiel gestartet habe ich habe halt ab und zu pause gemacht weil ich tell me why zu ende kriegen wollte hatte ich ja schon erwähnt am anfang und deswegen wiederhole ich das jetzt einfach nochmal also den prolog haben wir vor der küsse england nachtspaziergang weine und kanonen und die wo ist meine mutter gefolgt von der albtraum das labyrinth in kapitel episode 2 dann aha dann haben wir drei vier und fünf ja hier starten hier starten wir könnten hier auch überall starten was aber hier steht dass es uns nichts für bringt weil hier steht hinweist in diesem spiel wirken sich entscheidungen aktion deutlich auf den verlauf der geschichte aus den anfang das spiel zu überspringen schmälert den spiel spaß enorm natürlich so wir fangen jetzt wieder an bei kapitel episode 2 und zwar 5 wo ist meine mutter um how many times must i tell you you must never put your life on the line for me mother has always had a fascination for Lord Mortimer but has never wanted to tell me why we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible without your mother hundreds of men of the clock have gone to the guillotine all i can tell you is i'm looking for my sister do you believe your mother capable of torturing a child an agreement for camons Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother your hand Christoph von voerner minister of religious affairs and Jack Peru French Revolutionary tribunal judge you will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional monsieur de riche I do apologize for being late, I was obliged to clear up some urgent business so was wollen wir jetzt lesen die nächste lektüre ich weiß gar nicht was hatten wir denn jetzt schon das hatten wir schon der Fürst hatten wir anscheinend auch schon und ich kann jetzt hier noch die anderen wählen die kann ich nicht wählen okay ja gut dann nehmen wir Evelina obwohl betrachten wir die französische Revolution und Gedanken zur Kunst nehmen wir so Lord Mortimors Arbeitszimmer, 22. Januar 1793 Episode 2 we meet Monsieur de Riche do you mind if I call you Louis? please do thank you I wish to apologize wholeheartedly Louis I made you cross the seas and I wasn't even here to welcome you when I asked you to join us here it was of course in the hope that you would help us find your mother however there may be some new developments but I don't know if they are linked to your mother we have found Elizabeth Adams body in her room I am afraid she was brutally murdered stabbed several times was? weil wir nicht zu ihr gegangen sind wurde die ermordet? die Elisabeth? oh nein wer war's? oh mein Gott wäre ich mit ihr aufs Zimmer gegangen wäre ich im Verdacht geraten dass ich sie getötet hätte glaube ich leider nicht sie schien verwirrt zu sein sie seemed upset about something I thought she was under the influence of alcohol but we didn't really speak pity the poor child was probably trying to find help I thought it could wait until tomorrow hmm apparently not Louis I shan't hide the fact that this tragedy puts me in a very delicate situation I cannot risk upsetting the smooth operation of our next conference but the case cannot remain unaddressed I understand what do you intend to do? I must reassure my guests and justice will be done and for that to happen I must ask for your help why is that? you met Elizabeth you spoke together I believe she trusted you listen Louis find out who could have committed this murder I refuse to believe that one of my guests is the murderer I want to know who is responsible for this and I trust you you have my backing you must stop at nothing can I count on you? of course how would you like me to proceed? maybe you could start by going to the scene of the crime Elizabeth was attacked in her room can you tell me anything else about what happened? now Louis I wouldn't want to influence you get over there and form your own opinion do you have any suspects in mind my lord? I spent most of the night talking with Sir Gregory and his Eminence Piagy so I think you can remove them from the list of suspects Mr. Bonaparte and President Washington left the party after midnight I believe they were tired and went up to bed okay then zum Tatort gehen right I'll get up there immediately thank you Louis now once you've finished come back and let me know your findings I'll be waiting and Louis you've got permission to search through the guests' rooms they've all been notified and they agree okay okay that's very nice I have to finish but to finish see you next time thank you I'm like I'm like I'm like I'm like I'm like wow-